Die Hoyerswader Stadtverwaltung hat ein unbebautes Grundstück in der Steinstraße erneut zum Verkauf ausgeschrieben. Das Areal in der Altstadt hat eine Größe von rund 1.500 Quadratmetern und soll 42.000 Euro kosten. Eine Bebauung ist möglich, soll sich aber am Umfeld orientieren, heißt es. Weitere Informationen gibt es unter www.heuerswader.de in der Rubrik Wirtschaft.